Die Ausländischen Unternehmen, die Investoren, die Leute, die Projektmitarbeiter, die ich immer wieder bei mir habe, sind immer überrascht über diesen Kanton. Wir haben kurze Wege in der Verwaltung. Es ist wirklich relativ unkompliziert verglichen mit anderen Kantonen. Man ist schneller bei dieser Person, die man braucht, für irgendein Problem oder eine Frage zu lösen. Die Ausländischen Unternehmen, die wir in Europa sind, ist die Möglichkeit, die Europäische Unternehmen zu organisieren. Und die Zentrum deslokationen unserer Firma war именно in der Schweiz. Wir lieben uns, dass wir nicht nur hier kommen und hier arbeiten wollen, sondern auch die Arbeit organisiert werden, wie unsere Familie. Die Fragen, die wir hier haben, sind auch die Kanton-Aulein. Das ist ein komplexes Veranstaltungen, die uns die Kanton-Aulein in der Karla Brander haben. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir hier haben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020